Energiepreispauschale doppelt oder einfach? Bekommen verheiratete Menschen die 300 Euro nur einmal gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Worum geht es? Hallo und einen schönen guten Tag. Ich bin Rentner seit dem Juli 2020, bin verheiratet und meine Frau ist noch in einem erwerbsmäßigen Berufsleben. Nun ist von der Politik dieser Regierung beschlossen worden, eine Energiepreispauschale an die Bürger des Landes zu zahlen. Meine Frage ist nun, meine Frau bekommt durch ihren Arbeitgeber die Einmalzahlung und ich bin Rentner und werde diese im Dezember bekommen. Bekommen wir nun beide die Zahlung, 300 Euro oder nur einmal, weil wir verheiratet sind? Klare Sache, Sie werden die Energiepreispauschale zweimal bekommen. Die Energiepreispauschale ist eine Kopfpauschale. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu gedreht. Wenn also in einem Haushalt ein Ehepaar lebt, der eine wie bei Ihnen ein Arbeitnehmer ist und der andere ist ein Rentner, dann bekommen beide, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die Energiepreispauschale. Das heißt also, wenn Ihre Frau ab 1.9.2022 oder zu diesem Stichtag in einem laufenden ersten Dienstverhältnis steht, bekommt sie die Energiepreispauschale vom Arbeitgeber ausgezahlt. Und wenn Sie ein Rentner sind, bekommen Sie diese Energiepreispauschale am 1.12.2022 durch die deutsche Rentenversicherung ausgezahlt. Wenn in Ihrem Haushalt 10 unterschiedliche Menschen leben und alle sind Rentner, dann bekommen alle diese 10 Rentner die Energiepreispauschale als Kopfpauschale in der benannten Höhe 300 Euro ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine rente. Ich wünsche Ihnen eine rente. Einsecretar-AAAA-B Geistreise.